Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Battleplay Mario Kart Wii Online. Hier, 150 CCM GBA Browser System 3 und das ist das erste Mal seit langem, dass wir mal wieder ein Team Grand Prix hier gestartet haben, weil wir jetzt endlich mal wieder eine Runde Zahl sind. Ihr könnt es sehen, wir sind 8, weil ich nämlich letzter bin. Das kennt man ja so von mir. So, aua, Kopf gestoßen. Naja, jedenfalls, was ich euch nochmal sagen wollte, ist, wir sind jetzt hier, übrigens, wir haben heute den 2.3.2013, das ist der erste Grand Prix, wir fahren ja zwei Grand Prix und der zweite sollte nach guter Special Cup werden, also soll er werden, sollte er nicht schon wieder abgebrochen werden oder sowas ähnliches. Ihr wisst ja, was ich meine, ihr habt ja schließlich den Part gesehen, alle, was da passiert ist und so weiter. Jedenfalls, ähm, ja, also, ey, achso, der war in meinem Team, ich wollte mich schon wundern. Nein, ich habe doch geschüttelt. Geil. Jedenfalls, für die, die sich jetzt wundern, die mitfahren, es ist so, ich habe um 19 Uhr, um 19 Uhr ging jetzt die ganze Zeit los, habe ich den Raum geöffnet. So, aber ich habe mich dann die ganze Zeit nicht mehr gemeldet. Bis, oh, bis 10 nach, also bis 10 nach 7, weil ich da noch, äh, geabendtesten habe. Das ist heute mit mir los, weil ich da noch Abendbrot gegessen habe. So, toll. Ich habe zwar jetzt geschüttelt, aber lande dann, hm. Ja, danke schön. Die im eigenen Team. Was soll's? So, der erste will versuchen, will, der erste, fang ich gucken, wollte ja echt versuchen, jetzt diesen, die Abkürzung zu nehmen. Für euch. So, das musste jetzt sein, damit die eventuell hier jetzt noch auf dieser Spur, ähm, hilfliegen, oder wie nennt man es, die betteln sich hier gerade um. Haha, geil. Die beiden Blauen haben sich tatsächlich jetzt um das Item gebettelt. Also sind sogar beide, äh, platt geworden. Ich meine, die sind im gleichen Team. Scheiße. Also ist es schon wohl was, ne? So. Ich muss ja gerade mal auf die Kamera gucken, dass die Qualität auch in Ordnung ist, ne? Ich weiß ja nie. So, jetzt muss ich nochmal los. Das ist mein letztes Item hier. So, sehr scharf genommen. Ist er in meinem Team? Ne, ist er nicht. Und? Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Nein. Scheiße. So, 6er. Na, geil. Ach, hier sind wir noch in der letzten Runde. Ich dachte, wir werden in der letzten Runde. Ich wollte gerade sagen, hat der Rote Panzer, wäre der Rote Panzer nicht gekommen. Dann, ähm, dann wiederum hätte ich noch den vierten Platz erreicht. Jetzt fahre ich natürlich ums Item herum. Das ist natürlich sehr praktisch. Lassen wir jetzt in Ruhe. So, habe ich noch was zu sagen? Ich hoffe, ich habe schon alles zu Anfang gesagt. Das wäre nämlich ganz gut. So. Hier ist aber ganz schön das Kopf an Kopf rein. So, Pils behalte ich noch. Den lohnen sich jetzt noch nicht. So, jetzt lohnen sie sich. Schön ausgeholt und so weiter. Und so fort. Ja. Naja, ich kann mir deshalb auch, ich hätte auch ein bisschen vorher schon den Proprie gestartet und so weiter. Also vorher Mittag gegessen, aber ich habe noch vorher Kommentare beantwortet, denn da waren noch einige Fragen unklar, was zum Beispiel das betrifft. Fahren wir heute überhaupt einen Termin oder so? Und wann? Und was überhaupt? Ja, es ist ja auch immer sehr verwirrend. Fahren wir jetzt Mario Kart Wii oder Mario Kart 7? Kann ich ja auf jeden Fall nachvollziehen. So, Freunde. Fünfter Platz. Von 8. Das finde ich jetzt schon gut. Auch wenn es jetzt diese doofe Musik ertönt. Und ja, es war ganz schön ein Stress, hier die Kamera aufzustellen. Das ist manchmal gar nicht so einfach hier. Sieht gut aus? Heute begrüße ich Cooper, CrazyD7, Brettlaken, Anna, Tom, Niki und Leufler. Niki und Anna gehören eigentlich so ineinander so gesehen, denn die sind in... Die kommen von der gleichen Konsole. Einer ist der Gast, deswegen kann er auch nicht den Funky kommen nehmen, gleich im Special Cup, den noch kommt. Wir führen zwar nicht, aber das wird sich hoffentlich gleich im nächsten Rennen ändern. Bis gleich. Also jetzt nochmal für die, die es nicht verstanden haben. Also Anna und Niki, diese beiden Spieler, kommen von der gleichen Konsole. Einer ist der Gast und so weiter. Fahren jetzt in verschiedenen Teams. Was ist das denn? Hey, ich habe doch richtig gedrückt, oder nicht? Egal. Jedenfalls, wir fahren ja heute im zweiten Rennen einen Special Cup. Und dann ist es normalerweise so, die können dann nicht den gleichen Charakter wählen. Das ist zwar ein bisschen unpraktisch, aber... Ja, Funky kommt es mir jetzt nicht so wichtig. Solange das Mario-Bug dabei ist, ist alles in Ordnung. Okay, das können jetzt doof enden hier. Ja, so. Alles klar. Ja, ich bin einfach schlecht heute. Ich weiß. Nur vielleicht ist das auch im vollen Magen. Egal. Jedenfalls haben wir jetzt in Bosers Festung hier herum. So, ich bin mal wieder letzter. Bin gespannt, ob das die letzte Bosers Festung ist. Wir werden sehen. Vor allem muss ich nochmal einspielen auf das Wario-Bike. Ach, der dritte Goldpitz hintereinander. Ziemlich geil. Ziemlich scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass dann genau da an die Feuersäule kommen muss. So, Bus habe ich bekommen. So, die kriege ich doch eingeholt. Komm, das ist doch wohl ein Klacks. Fällt ja auch nicht so gut, ne? Wie auch immer. So, Stern. Ich wollte auch gerne mal gucken, wer hier heute alles mitfährt. Deswegen bin ich ja soweit hinten. Das ist ja meine Taktik. So fahre ich halt Mario Kart Wii. Das sieht immer ganz schön schlecht aus. Die Runde 2. Weil da vorne einige Bauen sind. Okay, es sind noch einige Rute da. Das ist ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen los. Sehe ich gerade. So, kriege ich mal ein gutes Item? Ja. Das meinte ich damit. Nicht immer nur ein Goldpitz. Denn hier an dieser Ecke, ihr kennt's, habe ich ja eben schon in der ersten Runde falsch gemacht. Kann ich überhaupt nicht richtig mit umgehen. Und mit einem Rinder. Ja, sehr schön. So. Das ist meins. Und ein blauer Panzer. Da freue ich mich. So, Niki, du wirst mich nicht normal überholen. Denn jetzt kommt nochmal der nächste Kugel-Gee. Nochmal der nächste Kugel-Gee, kann man so sagen. Ich glaube eigentlich nicht, ne? Ist egal. Also okay, Freunde. Vierter Platz ist super. Ich hoffe, wir können da bleiben. Oder noch das Besser. Können bessern. Ja, geil. Wolke. Das ist natürlich jetzt die perfekte Voraussetzung. Komm, Crazy D7. Oder wie du auch immer genannt wirst. Genannt werden wirst. Dritter Platz. Kriege ich dich noch. Anscheinend nicht. So, egal. Ich kriege nochmal den Boost. Und dann kommt eben nochmal der Team-Blitz für uns. Also, naja, wie gesagt, das ist eigentlich geil. Die nächste Wolke. Ich flipp aus. Hier gibt es jetzt richtiges Gewitter. So, das gehe ich jetzt. Und Panzer für den ersten. Sehr schön. Ich meine Team-Blitz, also wenn man jetzt sagt, für den... Für... Ja, geil. Jetzt überhole ich den ganzen Blauen. Für das... Also für das rote Team gegen das blaue Team in diesem Fall. Okay. Und mal wieder der hier. Und das ist in meinem Team. Und rammt mich runter. Ich flipp aus. Genau an dieser Stelle. So. Und da hinter mir wird mich jetzt auch nochmal geront. Das ist Niki, ne? Ja, jetzt... Geil, dankeschön. Jetzt kommt ein Team jetzt mit den anderen. Das ist natürlich die perfekte Voraussetzung. So, jetzt ehrlich. Jetzt mache ich euch nochmal fertig. Jetzt bin ich nochmal gegen die Rampe gestoßen. Das war ja nochmal nötig jetzt. So, komm. Alter, die haben eine blaue Spitze vorne. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Freunde, komm. Ich bin nur noch Sita. Kann ich jetzt noch mit... Kriege ich jetzt noch einen Blitz vielleicht oder so? Ne, dann cool. Los, 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 los. Scheiße, haben die eine starke Spitze da. Verdammt. Das lief schon mal nicht gut. Hätte mein Teamkollege mich jetzt nicht nochmal runtergeschmissen. Okay, das ist sehr, sehr schlecht. Die fühlen jetzt in jedem Fall. Haben sie auch schon vorher. Die fühlen ja sogar mit einem... Die fühlen ja sogar mehr als doppelt so viel. Mit mehr als doppelt so viel wie wir. Okay, so heißt der Satz. Das können wir noch aufholen. Das zweite Rennen. Bis gleich. N64. So, B-Land. Übrigens, meine Stimme ist jetzt nicht so ganz gut. Wer es noch nicht gemerkt hat, das liegt daran, dass ich ja gerade das gegessen habe. Für alle, die es wissen wollen, also es ist insgesamt interessant, für die, die ihre Stimme sehr oft benutzen oder gerade an einer gewissen Stelle nicht vorher so viel essen beziehungsweise eine richtige Mahlzeit einnehmen, sondern das geht irgendwie auch schon auf die Stimme. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum, aber es ist halt so. Kriege ich jetzt sehr weit ausgeholt, aber naja, egal. So, das ist meins. So, Niki, der ist gleich für dich. Solltest du wirklich reinfahren? So, wie kriege ich die Bombe denn jetzt an den Mann? Niki meine ich. Bitteschön. Hat nicht funktioniert, oder? Doch, vielleicht. Oh, genau das wollte ich erreichen, damit ich jetzt den Goldpilz kriege. Und die Bananen habe ich gesehen, aber ich wusste jetzt nicht, ob ich da noch irgendwie vorbei kann. Ah, die Bananen hätte ich jetzt nicht noch ran müssen. Dankeschön. Aber viel Platz. Aber die haben schon wieder eine Dreier-Spitze. Ah, das ist doch nicht wahr. So. Drei Pilze. So. Okay, Drittpilz habe ich ein bisschen zu früh gestartet, ne? Na egal. Komm, Freunde, wir müssen uns jetzt noch irgendwie überholen. Alter, ging jetzt der... Wieso ist der Rote Panzer jetzt an mir abgeprallt da? Das war jetzt ein Team King, ne? So, der ist für einen von euch. Ja, den Funky kommt da ganz vorne. Warum überholen die mich jetzt alle? So, sieht nicht so gut aus für uns. Okay. Der Goldpilz. Das sind jetzt nicht nur immer drei Pilze, die mir so gerne zeigen, dass sie dabei sind, sondern heute ist es vor allem der Goldpilz. Ist das nicht schön? So. Da die ganzen Pinguine weggerankt da. So. Okay, sehr gut. Das ist meins. Richtig. Oh, der nächste Goldpilz. Alter Schwede, das ist der Tag des Goldpilzes. Ich bin gespannt, wie das heute noch beim Special Cup wird. So. Mittlerweile habe ich mich nicht an das Ding gewöhnt. Aber ich komme trotzdem irgendwie nicht voran. Okay, ging in die Wand gefahren. Auch gut. Da ist mein normaler Pilz. Yay, Team Blitz. Das gefällt mir. So. Okay, ich bin dritter. Da sind noch zwei Funky-Komps vorne. Ob ich die noch erwische? Den behalte ich jetzt hier, weil ich dendenken kann, dass sie irgendetwas zum Abwählen da haben, die beiden. So. Wheelie. Nutze ich auch so selten den Wheelie. Weil ich einfach... Ich bin ja noch nicht so ganz fit in der Steuerung mit dem Bowser-Wike. Ich habe mich noch relativ... Das hat immer relativ kurz gedauert, die Umschulung. So, Niki ist hinter mir. Nicht so schön. Aber wenn die jetzt irgendwie vorbei will noch, was sie wahrscheinlich will, macht Sinn, dann kriegt sie gleich noch oben einen Panzer reingedrückt. So. Hinterher da. Wunderbar, Freunde. Dritter Platz ist doch nochmal gut geworden. Ich muss gleich einen Cut machen, ansonsten wird die Video-Teile jetzt so groß. Oh mein Gott. Muss ich gleich dran denken. Okay, das lief schon mal gut. Wie es jetzt insgesamt lief, ist jetzt die Frage. Zwei von uns sind jetzt hinten gewesen. Ganz hinten. Okay, doppel blau, doppel rot, doppel blau, doppel rot. Ist auch nicht gut für uns. Die führen damit auch wieder. Haben sich auch wieder Punkte dazugeholt. Verdammt. Vorhin, die kriegen wir nicht mehr. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir gehen trotzdem unser Bestes und sehen uns gleich im letzten Rennen. Bis gleich. Und die letzte Strecke ist SNES Marios Piste 3. Diese Qualität ist auch da. Wir können also sofort loslegen und mit dem dritten Platz als Startposition sieht das auch gut aus. Und ich bin sofort Erster gewesen. Das ist doch super. Und sofort werde ich die ganze Zeit nur durchgerammt. So. Sehr schön. Die Front musste ich jetzt als Wande benutzen. Das habe ich geplant. Sonst wäre ich auch jetzt ausgeflogen. Komm schon. Nein, leider nicht. Das war ein Versuch wert. Und er fällt mir selbst ab. Okay, volle Konzentration jetzt noch einmal. Auch wenn es kaum was bringen wird wahrscheinlich. So. Okay, vielseitig auch da zünden können. Aber muss ja nicht sein. Oh, jetzt hat er ein Teamkollegen getroffen. So. Ey. Ramm ich nicht. Ich wollte gerade den Wheelie einsetzen. Wahrscheinlich hat man es jetzt nicht gesehen. Da habe ich gerade eingesetzt den Wheelie. Und ja. Habe er nicht gesehen, weil er sofort wieder weg war. So. Jetzt war ich schon mal viel besser. Und kriege ich. Ich möchte gerne rammen. Tom. Darf ich dich rammen? Oder so. Ne. Das war schon mal vollkommen falsch. Okay. Powerblock. Umso besser. Hier einmal durch. Und Zweiter und Erster. Sehr cool. Das gefällt mir. Manchmal mag ich den Goldpitz dann doch. So. Ich gehe nochmal alles. Ich möchte gerne einmal noch Erster werden. Das wäre auch mal zu wünschen. übrig. Und der Zweite ist ja auch mit Funk gekommen. Und auch von uns. Umso besser. Komm Freunde. Ja. Aber nicht überholen jetzt. Also keine Scheiße bauen. Das war jetzt Scheiße von mir. Weil ich den hätte halten können. Aber naja. So. Das ist meins. Ja. Überhol mich nochmal. Lloyd Player. Du bist Lloyd Player. Das bleibt mir sicher. So. Wir überholen uns noch. Das ist ja Scheiße. Oder den Pilz. Nein. Verdammt. Na was soll es kommen? War ich nicht mehr zu retten. Und? Green rein? Nein. Habe drüben Platz. Ist doch auch nochmal in Ordnung. Die letzten beiden Rennen waren somit ganz schön gut. Finde ich. Also von meiner Seite aus jetzt. Jetzt nicht insgesamt fürs Team. Wir können es mal einmal kurz angucken hier. Ach geil. Rot, blau, rot, blau, rot, blau, rot, blau. Was wir heute alles für ein Muster drauf haben. Ist echt unglaublich. Und wie sieht das am Ende aus? Glückwunsch an Team Blau. Die hier mit 40 Punkten Vorsprung gewonnen haben. Sind das 40? Das sind 40. Tatsächlich 40. Danke an alle, die da waren. Vielleicht sehen wir uns ja gleich im Zwischenkopf wieder. Falls das auch wieder funktionieren sollte. Ich hoffe, das funktioniert. Das wäre zu wünschen. Nicht, dass wir alle wieder da den Betragungsfehler anrechnen müssen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und auf Wiedersehen.